Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit den Themen Pickup-Gruppen verlassen, Mythic Plus, Kicks und World Phasing. Alles WoW-Themen, ne? Ja. Hallo Onkel Barlow und danke für 500 Folgen BMZ. Höre mir regelmäßig neben dem Zocken sowie zum Einschlafen an. Finde es allerdings schade, dass du allerdings von Olaf Goldcap aufgehört hast. Habe mir die Reihe erst letzte Woche wieder angehört. Ja, also da gab es halt nicht so viel regelmäßig Neues zu machen, wie ich erwartet hätte anfangs. Mit jeder Folge wurde es im Prinzip weniger und weniger Content, den ich sinnvoll hätte machen können. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt im Prinzip nichts Neues mehr habe oder kaum noch, weil es auch noch kaum Fragen zum Thema gibt, weil glaube ich alle grundsätzlich verstanden haben, was ich da mache, setze ich die erstmal aus und überlege mir lieber, wenn ich irgendwas anderes Sinniges dazu machen kann, dann lieber nochmal eine neue Serie, eine Miniserie oder so zu machen. Jetzt zum Thema. Heute war ich in HC-Rate, habe eine Gruppe aufgemacht mit dem Titel Fresh ID Full Clear Run, ne? Also eine neue ID und angedacht, alle Bosse zu töten. Immer wieder hingewiesen, dass Leute, die einen bestimmten Boss wollen, es gleich sagen sollen. Keiner hat sich gemeldet und die ersten Bosse lagen in 35 Minuten ohne Vibes. Dann liefen beide Tanks, Loot Table geguckt und mir war klar, dass die nur für den Boss da waren. Tool aufgemacht, in den 10 Minuten ging dann die Hälfte raus. Es dauerte eine Stunde, bis wir wieder voll waren. Dann den fünften Boss gekillt, liefen wieder beide Tanks, wieder Tool aufgemacht. Es haben mehr und mehr verlassen, bis auf 5 Leute dauerte eine Stunde 30 Minuten. Dann ging es wieder 6, ich nehme an 6 Trace. Und Vibe Totem wurde nicht gefokust und Tanks zu spät gespottet. Die Hälfte ging raus, bevor man nur erklären konnte, was falsch gemacht wurde. Tool aufgemacht für 2 Stunden. Kam nichts und dann haben wir den Raid geschlossen. Ich finde es traurig, dass die Leute ignorieren, obwohl man extra sagt, only full clear run. Dann einfach reinkommen, ihren Boss killen und gehen. Es gab zu der Zeit 12 NHC-IDs im Tool. Hätten sie sich da melden sollen. Na gut, ist aus ihrer Sicht natürlich die Frage, ob sie da nicht auch gekickt werden, wenn sie nur einen bestimmten Boss wollen. Dazu nach dem ersten Vibe die Hälfte einfach geht, ohne was zu sagen. Hast du einen Tipp, wie man besser eine NHC-Gruppe aufbauen kann, ohne Gilde, schrägstrich feste Zeiten und so weiter? Mir reicht, wenn ich hin und wieder, wenn ich Lust habe, mit einer Gruppe einfach NHC-Rate zu klären. Ich glaube, ich habe mich verlesen irgendwo. Vibes dürften gerne passieren. Dann wird es den Spielern eben wie früher erklärt und nochmal probiert. Allgemein würde ich sagen, Empfehlung ist die L-Community. Ich empfehle die immer wieder, weil ich bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht habe. Aber es kann natürlich immer mal sein, je mehr Leute dort joinen, dass auch welche da sind, die sich vielleicht nicht perfekt verhalten. Aber meine Erfahrungen sind sehr, sehr positiv. Im Zweifelsfall, ich habe letztes Mal, glaube ich, in einem Video aus Versehen gesagt, im Discord bei mir, ausrufezeichen L, das stimmt nicht, bei Twitch, in meinem Twitch-Chat-Kanal ist der Nightbot drin. Und Nightbot hat, wenn man ausrufezeichen L schreibt, einen Befehl, wo er die Links zu den Discords der Learning Community für Horde und für Allianz postet. Und dort kann man sich anschließen und die raiden auch regelmäßig miteinander und haben viele verschiedene Raids, glaube ich, sogar mittlerweile. Sowohl Normal als auch HC. Und wie gesagt, ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht. Ich habe es leider nicht mehr hinbekommen, in den letzten Wochen dort immer mitzulaufen. Aber das eine Mal, wo ich mitgelaufen bin, war ein toller Raid. Wir haben ohne größere Probleme, glaube ich, Gott, fünf oder sechs? Ich glaube, sechs Bosse gekillt und beim siebten haben wir dann Schluss gemacht. War toll, kann ich nur empfehlen. Bei den Pickup-Gruppen ist das halt immer so, dass, ja, die werden halt erzählen, die Tanks, ich will doch eigentlich nur den einen Boss machen, aber ich habe keine Gruppe gefunden, den einen Boss zu machen. Also habe ich notgedrungen eine Gruppe gemacht, wo ich die ersten vier Bosse oder die ersten fünf oder wie viele auch immer waren es gemacht habe und bin dann gelieft. Und hätte ich ja gesagt, dass ich nur wenige Bosse haben will, wäre ich ja gekickt worden aus der Gruppe. Das werden dir die beiden Tanks sagen. Und macht es nicht unbedingt gut, weil du ja gesagt hast, wenn ihr das nicht machen wollt, dann meldet euch nicht. Aber genau das wird deren Argument sein. Und das passiert dir halt immer wieder mit, oder sowas ähnliches kann dir halt immer wieder passieren mit zufälligen Spielern, die dir gegenüber keinerlei Verpflichtungen haben. Wenn man Stamm-Raid hat und sei es nur irgendwie so einen losen Raid mit Leuten, wo einige wiederkehrend sind, dann weiß man halt genau, wenn die beim nächsten Mal auch mitkommen wollen, was ja bei vielen der Fall ist, dass sie irgendjemand irgendwie ein Raid, wie auch du gerade, wie es auch mir geht, dass sie sich vielleicht ein Raid suchen, wo sie regelmäßig NHC oder HC clearen oder vielleicht sogar ein paar Mythic-Bosse mal, dann erlaubt man sich sowas halt nicht unbedingt, weil man dann nicht mehr so weit oben auf der Liste steht. Blöd ist sowieso natürlich immer Tank. Denn ein DD kann eine Gruppe einfach verlassen und keiner regt sich auf. Beim Heiler ist es meistens auch nicht so extrem schlimm. In manchen Fällen könntest du die restlichen Heiler stemmen, in den anderen Fällen speckt halt manchmal jemand um. Denn von DD auf Heiler zu wechseln ist meistens nicht so extrem wild. Aber beim Tank erwartest du halt, dass er alle relevanten Tank-Mechaniken, Positionierungen und so weiter kennt. Und kriegst halt nicht so unbedingt gleich die Leute dazu, mal eben umzuspecken und diese Rolle zu übernehmen. Gerade wenn, je mehr und mehr man in Richtung des schwierigeren Contents geht, also der schwierigeren Bosse geht. Ich habe da kein Geheimrezept für. Aber ich kann nochmal erwähnen, dass viele Spieler immer so das Gefühl haben, und deswegen ist es schön, dass man aus deiner Sicht zu sehen, der selber eine Pick-Up-Gruppe geleitet hat, dass irgendwie die sich darüber beschweren, wenn Pick-Up-Gruppen irgendwie alle Arten von Anforderungen stellen. Du hast ja auch eine Anforderung gestellt, nämlich voll clear. Und dabei nie im Kopf behalten, dass eine Pick-Up-Gruppe aufmachen und damit durch ein Raid zu kommen, oft mit deutlich mehr Arbeit verbunden ist, als einfach nur einmal im Tool eine Überschrift zu schreiben und dann zufällig 10 oder 15 oder 20 Leute einzuladen. Denn meistens wird halt erwartet, dass man die Bosse entsprechend komplett kennt nach Möglichkeit, den Raid komplett kennt, in der Lage ist, Spieler auszusuchen, mit denen es gut funktioniert und jedes Mal aufs Neue die Arbeit sich machen muss, teilweise zwischen jedem einzelnen Boss, das an fehlenden Mitgliedern aufzufüllen, um dann einen Kader zu haben, der gut genug ist, den Raid weiterzubringen und damit leben muss, dass die Leute, wenn es ihnen nicht passt, einfach lieben und man dann dasteht und wieder komplett von vorne anfangen kann. Also das vielleicht mal so als kleinen Hintergrund für euch, die immer sagt, die stellen alle so hohe Anforderungen und wenn man dann sagt, dann macht doch selber einen Raid auf. Ja, das ist einer der Gründe, warum, glaube ich, einige Leute abgeschreckt sind, selber einen Raid aufzumachen, weil es eben doch deutlich, gerade bei Pick-Up-Raids, deutlich mehr Arbeit ist, als ins Gruppentool zu gehen und zu gucken, wo jemand einen DD sucht und man einfach mitlaufen kann. Hallo Balu, du redest ja immer davon, dass Spieler viel hilfsbereiter und netter sind, als der gemeine Kommentarschreiber annimmt. Aber ich glaube, bei uns haben das mittlerweile viele verstanden. Ich spiele meinen Schurken-Set Classic und bin auch in BFA in Hohen Mythic unterwegs, habe einen Parler-Tank als Twink mit Item-Level 391. Mit diesem habe ich auch noch einige mythische Instanzen getankt, eher so im Bereich 7 bis 9. Da ich King's Rest, Königsruhe auf Deutsch, glaube ich, noch nicht so erfahren bin, habe ich mich dort erstmal für einen Fünfer angemeldet, keine Push-Gruppe oder ähnliches. Als ich ganz freundlich darauf hingewiesen habe, dass ich als Tank hier noch keine großen Erfahrungen gesammelt habe und gerne Tipps annehme, wurde ich gefragt, ob ich überhaupt das aktuelle Affix kenne, was ich sofort bejahte. Daraufhin wurde ich vom Gruppenleiter mit dem Hinweis, dass er mir nicht glaubt, aus der Gruppe geschmissen. Findest du das gerechtfertigt? Beziehungsweise siehst du das als normale und richtige Reaktion? Letztlich bin ich dann entspannt in eine 7er-Gruppe gegangen, in der ich auch keine Probleme hatte. Die wichtigste Frage hast du gar nicht beantwortet, nämlich, kanntest du denn die Affix? Denn du sagst, er hat gefragt, du hast gesagt, ja, ich kenne die und der Gruppenleiter hat dich rausgeschmissen. Ich nehme an, du kanntest sie, ne? Habe auch einen Screenshot gemacht. Ja, also im Englischen würde man sagen, dodge the bullet, ne? Also einer Kugel ausgewichen. Denn mit Spielern, die so agieren, glaube ich, hätte ich kein Vergnügen, zusammenzuspielen. Denn wer auf die Art und Weise schon reagiert bei der Gruppenzusammenstellung, ich glaube, mit dem wird es kein Vergnügen, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert. Wobei ich halt nicht genau weiß, Fünfer ist jetzt nicht das Schwierigste der Welt. Wenn man als Tank sich halbwegs auskennt und das entsprechende Equipment hat, ist das so eher fast in der Größenordnung. Gib einem einen Heiler dazu und lass einen DD am Leben sein und man kommt irgendwie durch. Also ja, solche Spieler gibt es. Ich glaube, man kann vieles ausschließen, wenn man selber sich nicht für Gruppen anmeldet, die so Warnsignale aussenden. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es so Warnsignale gibt. Wenn ich die lesen würde, würde ich nicht mal im Traum auf die Idee kommen, mich der Gruppe anzuschließen. Und dazu zählen unter anderem alle Gruppen, in denen steht XY, sonst Kick. Irgendwie wer fehlt, wird gekickt. Wer so und so viel DPS nicht macht, wird gekickt und so weiter und so fort. Das sind Gruppen, denen ich mich niemals anschließen wollen würde. Und dann gibt es noch so ein paar andere Indikatoren, wenn es irgendwie bei Good Group, also wenn Leute schreiben, gute Gruppe und so weiter und so fort, dann muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt tatsächlich gute Gruppen, die schreiben, dass es eine gute Gruppe ist. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur glauben, dass ihre Gruppe gut ist. Weitere Warnsignale ist, wenn die Leute Anforderungen stellen, die sie selber nicht einhalten können. Also sie stellen eine Anforderung wie, keine Ahnung, Item Level XY, sind aber selber weiter runter. Es gibt natürlich legitime Möglichkeiten, wo das so ist, dass jemand einen Twink spielt, sich durchaus gut auskennt und alles ist gut. Es gibt aber auch welche, die im Prinzip gar nichts hinkriegen und deshalb die Anforderungen so hochsetzen, weil sie glauben, dann können sie sicherstellen, dass sie erfolgreich gecarried werden. Und das ist potenziell riskant. Es kann grundsätzlich legitim sein, sich carrying zu lassen durchaus. Nur gibt es da auch solche und solche, die dann immer alle anderen dafür verantwortlich machen, wenn es nicht klappt. Also es ist, glaube ich, unbestritten und da zweifelt, glaube ich, keiner daran, dass es Spieler gibt, die nicht sehr umgänglich sind und die sich in einer Art und Weise verhalten, die nicht korrekt ist. Ich glaube halt nur, dass man mit der Mehrheit der Spieler richtig gut umgehen kann. Und ich sage es nochmal, eben beim letzten Topic hatten wir das schon mal, Learning Community, die L-Community ist hervorragend, auch wenn man Mythic Plus machen möchte. Wenn man Mythic Plus 10 und höher und Push und so machen will, vielleicht nicht. Aber gerade für diejenigen, die anfangen wollen, irgendwas zu lernen mit anderen Spielern, die eben vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler machen, aber auch kein Problem damit haben, das zu tun, ist das eine ganz gute Idee. Kann natürlich auch da durchaus passieren, dass man mal auf der Seite der Medaille ist, wo eben es in der Gruppe nicht so perfekt läuft. Hatte ich neulich auch mal. Kommt also auch vor. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Moin, was hältst du von World Phasing, ähnliches wie in V-Hotel K, in Eiskrone gemacht worden ist, nur halt weltumfassend? Ich stelle, immer wieder stelle ich beim Twinken fest, dass die Lore so grandios sie ist, nicht mehr konsistent erzählt werden kann. Das beginnt bereits mit der Erstellung des Charakters und beim Questen durch einzelne Gebiete, beispielsweise Silberwald. Höllschrei ist in der Silberwald-Geschichte noch Kriegshäuptling, während an zahlreichen anderen Stellen Sylvanas Häuptling ist, etc. pp. Das macht es für Neueinsteiger und Wiedereinsteiger schwer bis unmöglich, die Geschichtstränge ordentlich zusammensetzen zu können. World Phasing würde bedeuten, dass man ganz azerott in einen Zustand vor Draenor, BC, VOTL, K versetzt. Eine solch große Anpassung wäre mit Sicherheit immens aufwendig, würde aber, glaube ich, gut ankommen. PS, danke für alle Loretalks. Ja, danke dir. Das ist halt alles andere als leicht. Also das Problem, was du beschreibst, das ist absolut da und das ist ein großes Problem. Aber es ist halt nicht leicht zu lösen. Denn wenn du Phasing machen würdest, was machst du mit den Leuten, die gerade innerhalb irgendeiner anderen Expansion sind? Die also gerade auf dem Expansion-Stand von zum Beispiel Waters of Draenor sind und sich in der restlichen Welt bewegen. Du müsstest ja dann einen Phasing-Stand haben für im Prinzip je nachdem, wie weit jemand in einer Geschichte ist. Und dann musst du dich wieder fragen, was machst du denn mit Leuten, die eine bestimmte Storyline aus, keine Ahnung, aus Pandaria nicht durchgespielt haben, die die Welt hätte verändern müssen, dann aber schon in der nächsten Expansion sind? Welchen Zustand nehme ich? Den des frühestmöglichen gemeinsamen Nenners oder nee, des spätestmöglichen gemeinsamen Nenners? Also der darauf folgende, der spätere Phasing der Welt? Oder das, wo du eigentlich entsprechend der Geschichte, die du bisher tatsächlich gespielt und erlebt hast, sein müsstest? Und das ist nicht so ganz leicht. Es sei denn, du zwingst die Leute quasi immer, die komplette Geschichte so weit durchzuspielen, dass es da keine möglichen parallelen Stränge mehr geben könnte. Und das ist allgemein kein leichtes Thema. Wir haben das schon häufiger gehabt, dass wann immer Hauptcharaktere irgendwann im Laufe der Zeit getötet werden, jemand aber zu einem Spielzeitpunkt einsteigt danach und Content spielt, der weit davor produziert wurde, wo es eben wichtig ist, dass der Hauptcharakter eigentlich noch lebt. Und das ist ja nicht nur lebt oder getötet, das ist ja auch Kriegshäuptling, nicht Kriegshäuptling und so weiter und so fort. Ich habe keine pauschale Lösung dafür. Die einfachste wäre natürlich zu sagen, dann passiert sowas nicht, dann machen wir sowas nicht. Das Problem ist nur, dann kannst du die Geschichte des Spiels nicht wirklich voranbringen. Wenn du sagen musst, der Zustand muss ja immer wieder, also der Grundzustand muss immer gleich bleiben. Ich habe überall dieselben Personen, die noch leben, die nicht mehr leben, die am selben Ort sind und so weiter. Wir haben ja auch Charaktere, die an völlig unterschiedlichen Orten sind. Den begegnest du an drei verschiedenen Stellen. Ich glaube, der Weg, den Blizzard gewählt hat, ist vielleicht noch halbwegs der eleganteste, dass du fast immer, bis auf Cataclysm glaube ich, die Story einer Expansion in einer in sich geschlossenen Welt erzählt bekommst. Ob das nun Pandaria ist, ob das die Scherbenwelt ist, ob das Draenor ist und so weiter und so fort. Weil du es da dann relativ leicht hast. Aber auch da muss man halt sagen, wenn ich innerhalb dieser Story irgendwas Wichtiges erzählen will und dort etwas mit Hauptcharakteren passiert, gibt es da ja eigentlich auch mitunter den Konflikt. Wenn ich, ich weiß, glaube ich, zum Beispiel Argus oder so. Bis wir auf Argus konnten, ist ja in der Story auch einiges passiert und vorangetrieben worden. Also es ist kein leichtes Problem. Oder es gibt keine leichte und simple Lösung dafür. Ich weiß ja nicht, wie andere Spiele das machen. Das ist ja mal interessant. Ich glaube, eines der großen Probleme stammt auch daher, dass Blizzard sich, als sie angefangen haben, die Geschichte zu erzählen, noch nicht bewusst war, A, wie die Geschichte weitergeht. Das ist klar. Also nicht weitergeht, aber wie sie in zehn Jahren weitergeht. Aber auch, wie sie sie im Rahmen des Spiels nach fünf oder sechs Expansions erzählen wollen. Was aus Blizzard Sicht auch logisch ist, wenn man sowas macht, so ein Projekt, und noch nicht weiß, wird das überhaupt ein Jahr lang erfolgreich laufen oder zwei oder fünf oder sonst wie, dann denkt man sich halt ein Stück weit auch, die Probleme, an die wir stoßen würden, wenn das Spiel 14 Jahre lang erfolgreich gelaufen ist, sind Luxusprobleme, weil wir es dann geschafft haben, dass das Spiel erfolgreich 14 Jahre lang gelaufen ist oder zwölf oder zehn. Und vieles davon kannst du nicht so leicht wieder gut machen. Ein bisschen was haben sie ja schon gemacht, indem sie in Cataclysm zumindest die alte Welt und die alten Quests überarbeitet haben. Aber das könnte einer der Gründe sein, die dafür sprechen, dass irgendwann in einem WoW mal mehr oder weniger kompletter Neuanfang gemacht wird. Und selbst wenn es als World of Warcraft weiterlaufen würde und man die Charaktere weiterspielen könnte, glaube ich, dass es irgendwann einen Cut geben wird, wo man dann sagt, so, wir fangen jetzt an irgendeinem neuen Punkt Null an und überlegen uns ein Konzept, mit dem wir diese Art von Problemen dauerhaft vermeiden können. Und so wie du es halt gerade oder das Problem, was du beschreibst, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine simple und einfache Lösung zum jetzigen Zeitpunkt gibt, die es wert ist, implementiert zu werden. Das ist ja auch noch eine wichtige Einschränkung. Vielleicht gäbe es eine, aber sämtlichen Content, alle Inhalte, alle Quests, alle Personen und alle Orte so zu überarbeiten, dass sie nicht mehr diese Logikfehler bauen, ist, glaube ich, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt möglich ist. Weil nimm halt den Schritt, dass du zum Beispiel so Quests machst, wie die zu diversen Events gehören, wo du halt dann irgendwo hingehst zu einem NPC und der ist zum Beispiel in Law relevanter, weil es gerade der Warchief ist. Musst du dann die Quest plötzlich fünfmal implementieren mit dem jeweils, oder sechs, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene hatten, mit dem jeweils aktiven Warchief. Also ob es das, wie gut und ob das möglich ist, wie viel Arbeitsaufwand das braucht und ob es das wert ist und ob es nicht sowieso immer noch Probleme geben könnte, die es unmöglich machen, das zu lösen. Ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass gerade Blizzard sich überlegen wird im Vorfeld, wie können wir es am ehesten sicherstellen, dass wir ein Content schaffen, der möglichst lange, nachhaltig und, ich will nicht sagen fehlerfrei, darum geht es gar nicht, widerspruchsfrei bleibt. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Ich denke, dass sich vermutlich die Devs bei Blizzard auch so ein bisschen ärgern. Deren aktuelle Philosophie ist ja, im Prinzip die Spieler hauptsächlich in die jeweils aktuelle Expansion zu bringen. Und ich glaube, einer der Gründe sind die Leichen im Keller. Nämlich die ganzen Logikprobleme, Storyprobleme und so weiter, die passieren mit dem alten Content. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum sie sich denken, wir wollen Spieler nicht zu sehr verwirren, indem wir sie durch alle Phasen der WoW-Welt schicken, immer und zu jedem Zeitpunkt, sondern wir lassen sie dem neuen Teil. Und ich glaube, sie wären glücklich, hätten sie das vermeiden können und hätten dafür gesorgt, dass jede Expansion nicht eine neue Welt bringt, sondern die bestehende Welt einfach ein Stück weit größer macht. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schickt mir weiterhin ganz viele Fragen, Kommentare und Anregungen. In diesem Sinne Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.